Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Advanced Warfare. Es geht rein in die nächste Folge. Wir sind fast da. Fast da... Fast... Es ist nicht mehr weit. Hebt nicht auf. Niemals. Komm schon! Komm, Meg! Und was jetzt? Wir führen den Auftrag aus. Wir sind die einzigen, die eins davon abhalten können, Manticore einzusetzen. Wir sind nur drei. Gegen eine Armee. Das ist Selbstmord. Das stimmt. Aber er hätte es getan. Okay. Hast du eine Idee? Nur einer. All fucking in. Bitches. Terminus. Neubagdad, Irak. Exotyp, AST, Chaingun, Mikro-Raketen und Swarm-Raketen. Wir gehen mit den Goliadrun. Es war ein Plan, wie Nogedien in sich ausdenken konnte. Ein Frontalangriff auf Aiens Festung mit den beiden Mechanzügen aus der Basis. Drohnen bringen uns rein. Danach sind wir auf uns gestellt. Alla wakbar. Sentinel-2. Meinen Schmessen, noch immer hohe Kontaminationen in der Stadt. Können keine Bootentruppen zur Unterstützung schicken. Over. Verstanden, Kingpin. Es nähen sich mehrere Kampfboote. Ich sehe sie. Feuer frei auf diese Boote. Schön hochjagen. scrolling. Wolken, sofort nicht lang zu communieren. Leiter! Loseros ist humidistisch. feeling hope bearet-gemist! 200 Meter bis zum Absprung. Das war's, Absprung! Feature, Absprung! Wow, Skidion. Damit riskieren wir weitere Menti-Core-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Verstanden. Da vorne ist die Bresche. Gideon, die Thermo-Analyse ergibt Spitzen in der Kommando-Zentrale. Der Abschuss steht kurz bevor. Das schaffen wir. Mitchell, geh nach. Elona, wir sind drin. Du solltest genau neben der Startplattform sein. Sicherheitsverstoß im Video. Alle Einheiten sofort in Sintor 4 sammeln. Schwarmrakete bereit. Rakete bereit. Hauptgeschütze bereit. Kontakt. Jetzt geht's los. Nicht autorisierte Personen in Sektor 4. Wiederhute, nicht autorisierte Personen in Sektor 4. vellust verdadeirAT abgegebied. Sie sind nicht geschützt. Wir brauchen einen anderen Zugangspunkt. Benutzt die Lüftungsschächte auf der unteren Ebene. Verstanden. Die Treppen runter. Immer weiter vorwärts. Sie werden starten. Los, los! Die Ladevorgang läuft. Die Treppen runter. Die Kisteln runter. Die Treppen runter. Die Flüge sind in der Nähe, schießt! Die Flüge sind in der Nähe, schießt! Die Flüge sind in der Nähe, schießt! Abschluss für die Flüge ist ein Schuss! Schwanen-Raketen bereit! Raketen bereit! Ladevorgang abgeschlossen! Hauptgesuchte überhät! Schwanen-Raketen bereit! Schwanen-Raketen bereit! Schwanen-Raketen bereit! Schwanen-Raketen bereit! Schwamm-Raketen bereit Schwamm-Raketen bereit Schwamm-Raketen bereit Es gibt einen Zugangspunkt in den Lüftungsschächten voraus Ich gebe die Position durch Los und weiter Wir haben dir die zerlegt gerade Da ist die Luke Mitchell, hier drüben Das ist die Lüftungsschächten Das war ein bisschen zu krass, oder? Das war ein bisschen zu krass, oder? Los, weiter! Schieß alles drauf, was du hast! Schieß! Schieß! Alter Folter! Mitchell, halt durch! Geschafft! Der Staat ist verhindert! Ich bring dich hier weg, halt nur durch! Ich treffe ihn nicht! Jetzt so! Noch einer! Wir müssen weiter! Bleib bei mir! Sentinel-2-1, Stadtverteidigung versagt! Atlas-Truppen brechen zusammen! Wir schicken unbewandte Einheiten zur Unterstützung! Verstanden, Kingpin! Der Staat wurde abgebrochen! Wiederhole, Staat abgebrochen! Bestätigen? Kingpin, bitte komm! Elona, empfängst du? Verdammt! Wir sind abgeschnitten! Wir müssen los! Dieses Gebäude wird jeden Moment beschossen! Ich setz dich ab! Du musst versuchen zu gehen, Mitchell! Ich muss Licht finden! Hallo, Mitchell! Keine beschissene Bewegung! Darum bitte ich auch euch! Heckt unsere Exos! Keine Munition mehr! Ihr verlasst euch zu sehr auf diese Dinge! Die Stadt fehlt! Es ist vorbei! Was ich begonnen habe, endet nicht mit mir! Es ist größer als ich! Und sehr viel größer als ihr! Ihr denkt, ich bin ein Monster? Das liegt nur daran, dass euch die Überzeugung fehlt, das Nötige zu tun! Das Nötige? Der Angriff gegen Amerika? Die Freisetzung von Manticore? Der Tod von tausenden unschuldigen Menschen? Ich rette die Welt vor sich selbst! Wenn niemand mehr da ist, der Atlas herausfordert, gibt es keine Kriege mehr! Es musste Opfer auf diesem Weg geben! Ja! Das haben schon viele kranke Penner in der Geschichte gesagt! Sie wissen nicht, dass wir den Staat verhindert haben! Dieser ganze Bau wird über ihn zusammenbrechen! Ich hätte dich im Gefangenenlager töten können! Ich könnte dich jetzt töten! Aber ich tue es nicht! Ich bin kein Monster! Ich bin kein Monster! Mitchell! Versuch dich aus dem Exo zu befreien! Jochen, mach da übersetzt! protege schreitloß! Verstehen! Schreitato als Auto zu befreien! Jetzt mich! Wo muss ich denn hin? Mitchell! Zieh mich hoch! Ich lass nicht los! Du musst mich hochziehen! Mitchell! Es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin! Mitchell! Was tust du denn? Was tust du? Mitchell! Ich gab dir den Arm! Mitchell! Ich gab dir eine zweite Chance! Ich hab dich, Kumpel! Ich hab dich! Ich... Es konnte immer nur ein Ende für ihn geben. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Eins hatte seine Augen geöffnet. Er sah die Ungerechtigkeit in dieser Welt und dachte, er hätte die Lösung. Wenn er sie wirklich gefunden hatte, dann hat er sie mit ins Grab genommen. Ich hab dich, Kumpel! Ich hab dich, Kumpel! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.